... immer mir Tattoo stechen lasse, die irgendeine Bedeutung haben. Das ist mein Familienarm, auch viel mit Liedertexten. Wir wollten unbedingt Nippel sehen. Ist du da deswegen eine Art Kunstfigur, die du auch erschaffen hast? Oder würdest du sagen, die unterscheidet sich eigentlich nicht von der Privatperson? Aber Vorfälle? Ja, es gab schon Vorfälle. Es wiederholt sich einfach immer alles. Es hängt halt immer, es geht immer auf die gleichen Leute zu und mit dieser Art von Leuten sehe ich keine Zusammenarbeit mehr. Mir ist halt schade, dass es darauf basiert und dass so Leute dann weiterkommen.